Ja, live in the moment. Ich glaube, ab und zu mache ich mir zu viele Gedanken und fokussiere dich auf dich selbst, nicht was andere machen können. Weil du kannst nicht kontrollieren, was andere machen oder deren Resultate anschauen. Das ist eigentlich unwichtig. Fokussiere dich eigentlich einfach auf dich selbst. Vielen Dank.